Yo Leute, was geht? Euer Johnny mit Doppel, der ist mal wieder back am Start und heute haben wir eine Runde für euch aufgenommen, den Turniermodus und haben eigentlich ganz gut abgeschnitten, waren noch geile Clips dabei und ja, ich verabschiede mich hier, gönne euch das Gameplay und schönen Tag noch Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Und ein Abo, damit ihr auch nichts mehr verpasst Und ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat War eine schöne Runde Danke dem lieben Erik, er ist unten verlinkt Und haut rein und haut rein und haut rein und haut rein und ciao Leute